Die Steros GmbH ist ein innovatives, international agierendes Unternehmen mit Sitz im brandenburgischen Templin. Die Steros Firmengruppe mit Niederlassungen in Polen und Russland beschäftigt rund 100 qualifizierte Mitarbeiter und Auszubildende und arbeitet äußerst erfolgreich mit Kooperationspartnern weltweit zusammen. Das Leistungsspektrum der Steros GmbH umfasst den Maschinen-, Anlagen- und Metallbau sowie den Bereich der erneuerbaren Energien. Die Fokussierung auf die Entwicklung und Fertigung eigener Produkte sorgt für ein stabiles Wachstum. Zum breit gefächerten Angebot zählen beispielsweise Glatt- und Profilwand-Silo-Anlagen, spezielle Silo-Austragssysteme sowie effiziente Trocknungssysteme und mobile Kleinbiogasanlagen. Über 100 Bandtrocknungsanlagen wurden in den letzten Jahren bei der Steros GmbH gefertigt. Die ständige Weiterentwicklung, der hohe Qualitätsanspruch an das Produkt sowie die kompromisslose Orientierung an den Kundenanforderungen sorgen für eine stetig steigende Nachfrage nach einer Bandtrocknungsanlage made in Germany. Bei der Steros GmbH erhalten Sie alles aus einer Hand. Vom Engineering in der eigenen Konstruktionsabteilung, über die Fertigung am Standort in Templin bis hin zur fachgerechten Montage durch erfahrene Monteure.